Hallo und herzlich willkommen zum Trading Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Bernhard Wedel und Oliver Sparing. Hallo und herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading Podcast der Sparing Investment Academy. Heute mal aus dem Leipziger Hotelzimmer hier und mit ungewohnt großen Kopfhörern. Macht nix, klappt trotzdem alles wie gewohnt. Hallo Berni, wie geht's dir? Hallo Olli, danke für die Einladung, mir geht's hervorragend. Das freut mich. Berni, du hast ja am Dienstag einen sehr interessanten Livestream gehabt. Du warst plötzlich weg und ich musste da irgendwie so ein bisschen die Moderation übernehmen. Was da los, was da passiert? Ja, danke für die Sputalität. Ja, wir haben unseren Livestream gehabt. Ich habe zum Glück keinen Trade offen gehabt und ich habe eine Katze, die wurde auch ausführlich gemacht. Die Katze, das meine. Und der ist über den PC gelaufen und hat den PC ausgeschaltet. Deine Katze ist sehr, sehr geschickt. Ja, es ist unglaublich, wenn der, ähm, also beim alten PC habe ich das ja schon mal, schon mal gehabt. Ja, da war da, da war da der Button irgendwie so oben und jetzt ist da so eh, also so in der Schädel drinnen und ich habe gedacht, ja, da brauche ich nichts abkleben, ohne Katzen sicher zu machen. Und nein, es hat nicht geholfen. Die Katze war schlauer als ich. Ich glaube, das muss ich mir auch mal angewöhnen. Wenn ich das nächste Mal Live-Trading mit meinen Kunden mache und ich bin gerade so richtig tief in einem Verlust-Trade drin, dann mache ich einfach meinen PC aus und sage, mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Ist das gut, ja? Ja, Smiley. Guter Mann. Na, zum Glück nichts passiert. Kein, kein, kein Trade offen gewesen. Also alles gut gegangen. Du hast das, äh, super, ähm, die ist nicht gut gefahren gehabt. Ja, war mal ein bisschen, äh, äh, anderes Live-Trading. Auf jeden Fall. Ne, lustige Situation. Äh, Thema für heute. Durchhaltevermögen im Trading. Uns haben tatsächlich einige Leute angeschrieben nach unserer letzten Folge, weil du ja erzählt hattest, du bist jetzt schon knapp 20 Jahre mit dabei und hast so deine 14 Jahre rund gebraucht, bis es mit der Profitabilität geklappt hat. Und da haben uns echt einige drauf angesprochen und, und E-Mails geschickt. Und meinten so, boah, auf der einen Seite wirklich inspirierend und Respekt. Auf der anderen Seite hat das, glaube ich, einigen Leuten echt Angst gemacht, so das zu hören. Die dann selber vielleicht gerade erst angefangen haben und gesagt haben so, boah, muss man, muss man dann immer so 14 Jahre einplanen? Oder geht das nicht auch irgendwie schneller? Und ich habe letzte Woche tatsächlich auch mit einem, mit einem Kunden von uns ein längeres Gespräch geführt, ähm, der mich, der mich angeschrieben hatte, jetzt gar nicht unbedingt wegen unserer Podcast-Folge. Aber er meinte dann auch so, boah, ich bin jetzt, ich bin jetzt schon ein halbes Jahr dabei und es ist halt immer so eine Sache bei mir. Im Demokonto funktioniert es wunderbar. Ich komme richtig gut klar. Ich mache Gewinne. Und sobald ich dann mal eine Combine bestehe und ein Fremdkapitalkonto habe, dann verliere ich das sofort wieder und fange an, nur noch Quatsch zu machen. Und jetzt bin ich ein bisschen frustriert, weil auf der einen Seite habe ich es schon irgendwie verstanden und es klappt. Auf der anderen Seite komme ich dann mit dem Echtgeld nicht klar. Und ist das normal oder bin ich jetzt der einzige Depp, dem das so geht? Bei den anderen scheint es ja richtig gut zu laufen, nur bei mir nicht. Und ich habe ihm dann natürlich auch gesagt, du, ich, schau mal, du bist noch, du bist noch jung. Du bist wirklich erst ein halbes Jahr dabei. Das ist im Trading einfach mal nichts. Und beziehe das mal auf jeglichen anderen Beruf dieser Welt. Du fängst ja auch nicht eine Schreinerausbildung an irgendwie und machst nach einem halben Jahr deinen Meisterbrief. So läuft das einfach nicht. Und so läuft das natürlich im Trading nicht. Na klar, jetzt in deinem Fall 14 Jahre. Du hast ja auch erzählt, du hattest immer mal wieder zwischendurch Phasen, wo es richtig gut lief, wo du Systeme hattest, die gut funktioniert haben, wo du Geld verdient hast. Aber es ist halt nicht von heute auf morgen erledigt. Ja, genau. Also somit summarum war die, ähm, die 14 Jahre ungefähr, was waren 14, 15 Jahre, ähm, waren, äh, viel Erfahrung finanziell gesehen, wo es zum, somit summarum unterstrich, ähm, ein kleiner Verlust. Ich glaube, es ist kein tiefes Loch, Christ, weil ich glaube, ich habe dort so wieder teilweise noch wieder profitabel gewesen. Aber somit summarum war eigentlich das, das Learning daraus war, war das, was ich mir mitgenommen habe. Und ich denke mir auch, in dieser Folge heute zusammen, soll es auch um das gehen, die Fehler, die ich gemacht habe, oder das, was ich mir mitgenommen habe, diese, diese Zeit, diese Name Zeit, das braucht man nicht, ja, braucht man definitiv nicht, weil ich einfach lange auf der falschen Fährte war. Aber das war das Hauptproblem. Das heißt, ich habe zu lange versucht, an was festzuhalten zu glauben, ähm, das was aber, ähm, mit dem man statistisch gar keine Möglichkeit hat, den Markt nachhaltig dauerhaft zu schneiden, ja. Weil, ich habe angefangen mit, mit, mit YSL, das mir schon erzählt, aber einfach kurz noch, ähm, ausgeschweifft, ich habe anfangen mit Linienchart, da ist eben der gleitende Durchschnitt dazu gekommen und das Highlight waren dann die Candles. Und irgendwie bin ich auf diesen Candles dann von Tageskerzen immer weiter runter, irgendwann waren es dann, äh, Tickdaten und, aber, aber nicht verstanden, warum, warum er das Ganze nicht, 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 nicht profitabel handeln kann. Ich habe, er, 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 mit, die Kustenstrategien gemacht, wir haben mit, wir haben mit Google Trends, äh, Geschichten, dann später dann gehabt und, 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 es wäre wirklich coole Dinge, dann schon gemacht, uns gerade mal so um die, und die Kursdaten gegangen ist. Und das war dann auch so ein bisschen zu der Absprung, wo wir geschaut haben, was gibt es noch an Daten, ähm, und dort bin ich eben dann so zur Bookmap gekommen, ähm, aber zudem vielleicht dann noch später etwas mehr, Wie, wie kann man, wie, wie kann man die Zeit durchhalten? Ich denke mal, das ist, äh, es ist essentiell, wenn man das macht, was man gern tut. und bei mir war das immer so da da der antrieb gewusst da ist was da ist was großes drinnen und dieser antrieb und ich bin ja leidenschaftlicher techniker dieser antrieb da muss irgendwas geben deshalb nicht locker lassen wird es einfach irrsinnig spaß gemacht auch dann zusammen mit die freunde was man das gemacht haben wird dass wir nicht spaß braucht dass wir da versuchen etwas auszubekommen ich bin quasi täglich von computer gesessen und hab studiert und hab heute dann versucht mit youtube videos mit mit so günstigen mehr oder weniger dubiosen coaches aber erst einander zeit weil vorher habe ich ja geglaubt und kann alles alleine alles alleine ich muss das alleine können ich muss das alleine rausfinden und er später dann ist ihm dann youtube und so weiter dazu kommen wenn ihr aber bücher gekauft und ob dank merkt wenn ich wenn ich wenn ich das schon früh gemacht hätte das ein oder andere jahr gespart und das allerwichtigste die oder wichtigste erkenntnis weil ich sag jetzt ich habe so lange gebraucht wie kann ich das vielleicht auf ein jahr kürz oder auf möglichst kurze zeit ist es einen mentor zu finden man braucht einen mentor man braucht eine coach der der schon dort ist wo du hin willst das ist die das ist die abkürzung in allen also egal welches business man macht um das geht schlussendlich ich habe sie über freut der spooker spieler der haus geht der uns gleich gemacht er auch eine coach genommen aus amerika ist einfach zu den besten der welt gegangen dort gesagt wie zeigt mir das wie pokerspielen funktioniert und wenn ich jetzt nirgendwo digitales business macht oder irgendeinen anderen beruf wenn ich zu einem coach geht oder zu einem mentor der was mich an der hand nimmt und mir das ganze zeigt wie das funktioniert dann habe ich einfach dann habe ich so einen riesen vorteil in richtung zeiterspannis und ja das war eben bei mir auch bei mir leider sehr lange gedauert und ja man lernt man lernt denn die nie aus und kann man jedem mitgeben sucht euch ein coach ein mentor der eben schon dort ist wo wir hinwollt und und da geht es zum einen um das thema der folgierten ausbildung das heißt was hat der coach selber schon durchgemacht was kann er vielleicht auch in der art und weise beweisen weil reden tut ja viel und dann das zweite part ist dann die persönlichkeit finde ich das sympathisch steht einmal zum gesicht und kann immer mit dem längere zusammenarbeit in form von schulungen ausbildungen mindset tipps etc kann man da was mitgeben und wenn ich so okay der aus der gute ausbildung gemacht selber durchgemacht oder von fundamentales wissen in dem bereich trading und hat dann doch die erfahrung und er steht mir zum gesicht dann habe ich die punkte erfüllt und so geht dann mache ich das und da kann man meiner meinung mit wenig geld ja mit wenig geld extreme abkürzung im leben machen ja ja ich würde ich mag aber das wort mentor nicht so gerne ich finde das klingt immer irgendwie wie darf sie dir ist der dich der die den weg zur dunklen seite der macht eben aber du hast du hast schon völlig recht so ist es ist das macht auf jeden fall ich kann vielleicht noch mal zwei punkte aufzugreifen sein ist natürlich so die die das handelssystem und die falsche fährte auf der man sich oft befindet und ich habe ja auch schon öfter mal erzählt dass es mir letzten endes ähnlich ging wie dir dass ich es erst lange zeit auf eigene faust probiert habe und ich war dann mal in einem interview live interview was auch so ein bisschen interaktiver mit alex haywood alex haywood ist der ceo von axia futures in london wo ich dann später auch meine ausbildung gemacht habe wo ich das ganze hier gelernt habe und der typ ist sehr sehr sympathisch ist nicht viel alt und ist nicht viel älter als ich selber das ist sondern so eine frohe natur dass der ist glaube ich gefühlt immer gut drauf so und der saß dann kriegen drehe grinsend im webinar und er meinte was er den leuten am anfang immer erzählt wenn sie so in diese webinare kommen oder wenn sie sich für die ausbildung bei axia interessieren er sagt leute ihr habt kein mindset problem ihr habt kein psychologie problem ihr müsst keine wünsche ins universum schicken ihr habt einfach kein verdammtes funktionierendes handelssystem und das ist natürlich ein bisschen pauschalisiert denn wir sehen ja auch immer wieder bei vielen scheitert wirklich so an den psychologischen faktoren aber er hat er hat schon recht ich glaube bei den bei den meisten privaten retail tradern die sich selbst auf die suche nach einem funktionierenden handelsansatz begeben haben bei den meisten scheitert es wirklich daran dass sie einfach völlig auf der falschen fährte sind und viel viel zeit in gerade wenn man dann vielleicht ambitioniert ist und wirklich arbeit reinstecken will und das auch ordentlich machen will viel viel zeit einfach damit verschwenden so riesen statistiken an zu anzulegen ich weiß noch ich hatte damals unmengen an excel tabellen mit statistiken für diverse verschiedene statistische systeme da ist so viel arbeit und lebenszeit reingeflossen und ich würde es auch alles gar nicht missen dass das sind ja auch alles irgendwie erfahrungsschritte gewesen die einen letzten endes dann auch zum ziel gebracht haben aber ja da ist es da ist es schon gut wie du sagst wenn man möglichst früh irgendwie zumindest auf die richtige fährte kommt und bei mir war es damals so und da 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 sind wir jetzt wieder bei dem bei dem coaching oder oder mentoren thema es gibt ja auch es gibt ja auch leute die sind irgendwie so naturtalente die unser lieber kollege und freund kevin zum beispiel der ist der ist einfach so naturtalent der hat das irgendwie der hat den bogen raus aber das sind ja wenn man mal ehrlich ist das sind ja die wenigsten unter uns so mich eingeschlossen und bei mir war es dann damals wirklich so dass das ich ich weiß nicht ob ich die geschichte schon mal erzählt hatte ich habe ich habe dann auch jemanden kennengelernt der das professionell und beruflich macht und der dann meint ollie schau mal 95 prozent oder sagen wir 90 prozent der privaten retail trader verlieren geld an den märkten hier ist eine statistik die kannst du auf jeder broker website nachlesen und die meisten von denen die machen alle dasselbe die machen alle die selben fehler die versuchen die wahrheit irgendwie in candlestick patterns zu finden oder so was ja auch alles irgendwo noch seine berichtigung hat ich will nicht sagen dass das alles quatsch ist aber er meinte ja dann dann schau dich doch mal eher auf den großen trading floors um wo wirklich geld verdient wird und schau mal worauf die jungs achten und wende dich dann eher an die jungs und guck dass du da jemanden findest der sagt ich bilde dich aus oder ich du kannst mir über die schulter gucken und ich glaube dass es das ist auch so ein wichtiger punkt den man den die meisten von uns benötigen gar nicht mal unbedingt so den 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 klassischen mentor aber einfach jemanden den man über die schulter gucken kann wo man immer wieder sehen wie macht er das was macht er worauf achtet er die wendet der seine trades wie steigt er ein wie steigt er wieder aus um das einfach immer wieder vorgemacht bekommt und das über einen sehr sehr langen zeitraum bevor man dann irgendwann in der lage ist selber weiter zu arbeiten und zu sagen okay ich habe das jetzt tausendmal gesehen jetzt muss ich nur noch zehntausend mal das selber machen bis ich dann den bogen raus habe aber dauert einfach es dauert einfach sehr viel und hier haben wir dann extrem mit dem thema kopf beschäftigt weil wenn 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 natürlich da muss man schon dann muss man bereit sein sich zu verändern und ich finde so cooles zitat davon vom einstein der sagt wahnsinn bedeutet so noch der motto immer dass immer das gleiche zu tun oder bei andere ergebnis zu erwarten und ja das stimmt das zitat ist ans zu ans war weil ich habe ja großteils des markt er versucht es immer gleiche zu tun und ob andere ergebnisse versucht oder erwartet das funktioniert nicht das heißt man muss schon da ein schritt in die wenn man erfolgreich werden will ein schritt in die veränderung gehen und veränderung ist immer ein thema mit es hat jeder jeder mensch hat so seine komfortzone ja das heißt das ist das wäre ist seine persönlichkeit seine seinen kreis und wo ist was darüber hinaus geht ist immer ein bisschen ungemütlich aber diesen weg oder dieser schritt diese komfortzone verlassen dies ist wichtig um zu wachsen und für mich war das hat erkenntnis hey ich muss diesen schritt gehen ein schrieb war zum beispiel was für mich extreme komfortzone wollte immer alles auf deutsch weil versteht gut kann ich viel besser ich wollte da für mich diese komfortzone nicht verlassen und erst wie ich dann gemerkt habe dass die englischsprachigen teilen es schon viel weiter sind wie wir jetzt in der tag region erst dann ist mir gelungen dass sie schlussendlich dann krepp gefunden habe schlussendlich dort auch in walter kennengelernt habe und und im weiteren step da wir uns kennen gerne also hätte dort diesen ja aber diesen schritt nicht gegangen an wer es nicht so weit gekommen und es gibt für alles das gibt fürs trinken selber auch wenn ihr wenn ihr merkt es bin nicht profitabel dann muss ich was ändern dann muss ich was ändern an mir oder der technik aber wenn ihr das selbe tue dann wird das selbe ergebnis auskommen jetzt aber für mich der springende punkt und und das ist das wo ich jetzt ein bisschen anknüpfen will zu dem was was mein kunde mein schüler da gesagt hat wenn du jetzt diese ganzen schritte gegangen bist und du sagst okay du bist jetzt irgendwie bei jemandem in der ausbildung und du bist auf dem richtigen weg und du gibst dein bestes und du hast seine komfortzone verlassen und kommst jetzt trotzdem immer wieder an punkte wo du frustriert bist weil du das gefühl hast es kommt nicht weiter dass das ist glaube ich dann die große herausforderung im kopf trotzdem weiter zu machen und wenn ich jetzt mal zurückblicke mir ging es ja genauso ist es jetzt nicht so also das klingt jetzt immer so wenn ich das erzähle aber es ist nicht so dass ich da diese ausbildung war axel gemacht habe und danach konnte ich traden ganz und gar nicht ich war dann irgendwie auch auf der richtigen pferde und ich habe gesagt ich wusste okay alles klar das ist der richtige zugang und das ist der richtige weg aber das heißt noch lange nicht dass du aus so einer ausbildung raus gehst und ich denke dass das gilt für unsere ausbildung genauso wie für jede andere seriöse ausbildung auf der welt auch es ist nicht so dass du da raus gehst du bist der große meister des tradens es geht darum den leuten erstmal irgendwie den die den das hintergrundwissen zu vermitteln die ganze theorie die ganze marktlogik zu vermitteln wie funktionieren die märkte und die leute auf den richtigen weg zu bringen aber selbst dann ist es immer noch ein weiter weg und selbst dann ist es immer noch man sagt ja immer zehn stunden üben bis man irgendetwas perfektioniert hat und ich komme ich komme aus der musikindustrie und da kann ich das auf jeden fall bestätigen so wenn es um das lernen eines instruments geht und das ist im trading nicht anders also ich hatte auch nach dieser axia futures ausbildung hatte ich immer wieder phasen wo ich dachte das kann doch jetzt nicht wahr sein du weißt doch eigentlich funktioniert wie es funktioniert warum hast du denn jetzt schon wieder ein fandet konto in den sand gesetzt und irgendwelchen quatsch getradet wo du genau weißt das ist das ist nicht sinn und zweck der sache gewesen und dass das ich kann total verstehen wie sehr ein das dann ärgert und wie sehr ein das dann frustriert aber da sind wir dann tatsächlich beim punkt wenn ich jetzt sehe ich kann es eigentlich in anführungsstrichen oder ich habe es verstanden und ich weiß was zu tun ist und im demokonto klappt es vielleicht auch aber im echtgeldkonto nicht gut dann weiß ich natürlich ganz genau alles klar jetzt liegt der haken wirklich irgendwo in meinem kopf und jetzt hat das wirklich nichts mehr mit der technik zu tun oder dem system zu tun sondern jetzt ist es einfach wirklich nur noch durchhalte mögen erfahrungen sammeln intuition sammeln und und natürlich einfach auch lernen diese fallen in deinem kopf ja abzustellen oder zu umgehen wie wie bist du durch diese durch durstphasen durchgekommen hast du da irgendwie hast du eine motivation gehabt oder hast du eine technik gehabt hast du diese schwierigen zeiten überstanden also vorab muss man herausfinden liegt es an der technik oder liegt es am kopf oder liegt und ich habe halt anfänglich war es waren ganz beide sachen also an täglich was die technik unterkopf im nächsten schritt habe ich dann gemerkt okay die technik eigentlich ist die technik ich muss an der technik sprich ich brauche die wichtigen daten ich muss verstehen wie die börse funktioniert es muss verstehen dass oder buch gibt und so weiter ich muss verstehen dass markt zusammenhängig gibt das habe ich mir dann eben durch ein weiter eben angeeignet aber dann kommt noch der der schritt dazu der kopf kopf und mit dem thema kopf und mindset beschäftigt mich extrem ja also ich habe da eben freunde mit dem was ich sehr oft austausche eben der pokerspieler weil der vor ähnlichen herausforderungen steht wenn ich vielleicht können wir einen normalen land so weit sagen wir sind spannend auf jeden fall folge also der ist extrem weit auch im rest und durchhaltevermögen und ich habe dann viele kurse weiterbildungen gemacht dort versucht eben das herauszufinden dass dieses gefühl dieses ich habe ein verlust und und ich muss das irgendwie zurückholen und diese ganzen themen was man dort drinnen hat also das menschliche gehirn es funktioniert irgendwie so dass das hat dafür wie glaubenssätze zu tun die was man vielleicht das kind hat schon mitbekommen hat wird vielleicht also themen wie gern verdirbt den charakter wo das kann ich es kann doch nicht so einfach sein dass man da jetzt auf die maus klickt und man muss dann keine ahnung ein paar hundert oder ein paar tausend dollar profit das sind das sind dann die socken die schwingen mit das muss man herausfinden wo liegen die blockaden das kann man aber nur rausfinden wenn man wenn man sich mit sich beschäftigt und ein großes thema was dann bei mir war war eben auch das thema meditation okay also gibt es früher immer wo es so quatsch quasi empfunden so braucht in der zeitverschwendung in der in die zehn minuten oder der halben stunde schule ich mich lieber weiter binde ich mich weiter durch den training um auch lieber trainer aber ich habe ich habe das mir zu meinen ritual gemacht vor jeder training session meditiere ich zehn minuten ja ich habe doch extrem viel tools wie ich das mache also wenn da wer interesse hat da kann man sich gern nicht wenden hast du gern mein e mail adresse oder oder wenn man kommt auf auf twitter einfügen dann können mich die leute auch anschreiben weil das wird glaube ich heutigen rahmen strengen also ich hab da richtig viel equipment und tools die weltweil meditiert ist auch nicht einfach das muss man auch erst lernen aber wieder rausgefunden da kann man sich nicht hinsetzen die augen zu machen und dann so habe ich erst durch meditiert das muss man auch lernen aber das habe ich dann merkt wenn man richtig da in sich geht um meditiert da ist man auf ein ganzer level das ist wie wenn man vor an nebel so ein bisschen so an gedanken nebel hat und dann geht die sonne auf und dann ob man volle klarheit das hilft beim train extrem weiß weiß bach weiß weiß in seiner mitte und man macht irgendwann quatsch also ja kann ich nur jeden eben empfehlen sich auch mit dem thema der meditation ist sicher nicht für jeden das richtige es gibt es doch kein geheimrezept das ist auch mit dieser ausbildung und dann muss es genauso genau dann wirst du erfolgreich ort ort und kannst es muss jeder ausfüllen ob das was für sich ist aber so in sich geht online spürt und dann und dann die nächsten schritte und maßnahmen dementsprechend zählst ja mani schwört auch auf meditation also die macht es auch jeden morgen und ich glaube das hat ja auch sehr sehr geholfen sie versucht mich auch immer davon zu überzeugen ich bin ich bin also ich bin lange über den punkt hinaus dass ich sage dass es irgendwie quatsch oder hokus pokus ich bin mir hundertprozentig sicher dass das das meditation auch mir unglaublich weiter helfen würde aber ich habe es einfach im kopf noch nicht geschafft mich dazu durch zu reden ich sollte es ich sollte es auf jeden fall mal dringend tun was was so meine persönlichen wichtigen faktoren in solchen phasen waren das ist zum einen ist es glaube ich sehr wichtig und das ist denke ich mal selbsterklärend ist es wirklich immer ein ziel vor augen zu haben und das ist im grunde genommen auch eine sache die man sich natürlich irgendwo in seinem kopf schaffen musste dieses ziel und das sollte ich nur ein monetär das ziel sein zu sagen ich will damit jetzt viel geld verdienen sondern das ist auch irgendwo ein ziel wo es darum geht sich zu überlegen was 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 möchte ich denn wo möchte ich denn hin möchte ich vielleicht menschen helfen möchte ich meiner familie helfen möchte ich positiven einfluss auf ein direktes umfeld ausüben aber natürlich auch eigene in anführungsstrichen egoistische ziele zu sagen ich will schöne urlaube machen oder ich will ich will in einer schönen wohnung wohnen oder was weiß ich das sind glaube ich natürlich so motivationsfaktoren die sollte man sich immer vor augen halten wenn es darum geht so ein ja doch schwierig zu erreichen das ziel wie profitabler trader werden erreichen die andere sache und die ist glaube ich mindestens genauso wichtig wenn nicht sogar die wichtigste ist das was du ganz am anfang gesagt hast der spaß an der sache ich glaube wenn ihr wirklich nur als einzige motivation habt ans trading ranzugehen geld zu verdienen dann wird es unglaublich schwer bis fast schon unmöglich das zu schaffen ihr müsst wirklich im trading ein heftiges interesse an der sache haben das muss jetzt nicht unbedingt den ganzen wirtschaftsbereich betreffen aber auf jeden fall das trading an sich das muss schon irgendwie faszinierend für euch sein und ihr müsst ihr müsst es spannend finden und ihr müsst da ein interesse dran haben zum beispiel mani die 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 kann damit überhaupt nichts anfangen also die macht die macht wirklich nur die wesentlichsten sachen die ist die hat natürlich irgendwie ein broker konto und es investiert und macht macht gewisse grundstrategien und langzeit investments und so aber mit dem ganzen thema trading orderbuch trading oder so kann sie beispielsweise herzlich wenig anfangen so das ist einfach nicht da hat sie keine freude dran und deswegen haben wir auch von anfang an gesagt dass das das macht dann auch keinen sinn dann muss man sich da auch nicht quälen weil wenn man sich anfängt zu quälen dann hat man eigentlich schon verloren dann dann wird das nicht so und das ist denke ich das ist denke ich eine ganz ganz wichtige sache sich zu fragen warum mache ich das zum einen als als ziel motivation zum anderen aber ja ist es glaube ich wichtig dass man interesse und freude an der ganzen an der ganzen tätigkeit trading hat um er genau sich eben über solche durchstrecken zu 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 halten die einfach die einfach dazugehören und die auch dazugehören wenn man sich eben schon irgendwo auf dem richtigen weg befindet und dann als dritter faktor ist es denke ich sehr sehr wichtig eine gute waage zu finden zwischen wie sagt man zwischen motivation und hinterfragen also auf der einen seite natürlich schon sich darüber im klaren zu sein hey ich bin auf dem richtigen weg ich habe jetzt die richtigen leute an meiner seite ich habe die richtige community ich habe vielleicht den richtigen coach ich habe die richtigen stunden strategien ich verfolge jetzt das was auch irgendwie professionelle händler machen es läuft vielleicht trotzdem gerade bei mir nicht gut und dann aber wie gesagt auf der einen seite auch immer hinterfragen warum läuft es jetzt bei mir nicht gut und da kann auf jeden fall eine gute strategie sein ich weiß das mag immer keiner gerne hören weil es weil es anstrengend und ein bisschen nervig ist aber das gute alte trading tagebuch um wo wirklich dann jeder einzelne trade notiert wird festgehalten wird aufgezeichnet wird am besten mit screen recording oder 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 screenshot zumindest und dann aufgeschrieben wird was habe ich mir dabei gedacht wie bin ich vorgegangen um dann einfach eine statistik darüber zu haben war wenn man am ende geld verloren hat warum hat man geld verloren habe ich jetzt geld verloren weil ich einfach trades eingegangen bin die nicht dem system in anspruchs in anführungsstrichen entsprochen haben weil ich irgendwie fomo hatte weil ich schiss hatte jetzt ein trade zu verpassen oder so oder weil ich einfach lange weile hatte und irgendwas einklicken wollte oder sind es alles trades gewesen ich habe mich perfekt ans ans system gehalten ich habe meiner meinung nach alles richtig gemacht und habe trotzdem geld verloren dann muss man natürlich noch mal überprüfen hat man es richtig verstanden oder 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 genau daran hat es gelegen ja genau also das thema da mich auch einiges mit mitgenommen also so zu regeln zu setzen und aus an die regeln zu halten und athema zum beispiel regel von mir dies maximal fünf trades pro tag gute regeln das ist so es ist so regelt und ich weiß auch von jetzt sagt mein maximaler stopp ist im es liegt zum beispiel vier punkte weg also weitere stopp die weg es heißt worst case vier mal fünf trades sind meine ist mein verlust das ist mein maximaler verlust tag und es habe ich zum glück quasi nie oder ganz 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 zelten aber wenn man das nicht hat dann rutscht man schnell in das thema der emotionen rein dass man sich denkt ich muss mir diesen 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 verlust tag wieder mitnehmen und wenn man nicht mehr rational denkt sondern emotional dann sollte man am besten den stecker zieht oder die karte oder die karte über die karte also das ist definitiv so kratz und alles denken ist beim trainen wichtig wenn man so emotional wird und irgendwie so ist wenn man dann nervös wird waren das bauchgefühl wo man vielleicht zum schwitzen beginnt das gibt es bei jedem ein bisschen anders aus aber wenn man solche gefühle hat dann das bringt nichts das bringt nichts kein profi trader macht es keiner der muss nachhaltig konstant gilt für den kostes jeder hat schlechte tage jeder hausverlust tage das geht aber es geht um dieses zu erkennen dann sagen heute war verlust tag morgen mache ich wieder mein morgen ritual oder mein abritt dann jedoch den mann zum trinken beginnt auch wieder zu trainieren und ist das ist das hilft extrem und muss ja an dieser stelle noch als als tipp an alle dazu sehr mitgeben kann ist das thema wenn es alleine nicht klappt vielleicht klappt sie in der gruppe oh ja also es war für mich auch ein sehr spannendes thema das zusammen gehörigkeit des zusammenträgen das macht einen sehr stark erstes lehrt man ist ein technisch auf und reden untereinander das ist der eine part aber man will sich hier auch dann irgendwie doch ein bisschen mehr beweisen und man will noch mehr er keine fehler wollen ja das heißt überlegt sich den twitter noch einmal besser ob man der trade ist ein geht oder nicht geht wenn wir wieder das gut was und den tipp kann jeden mitgeben der vielleicht ist der was ich da in sich doch schwer tut suchzeug es kann nicht sein es kann aber auch trading freund sein oder einer aus der community der muss vielleicht auch dieselbe ausbildung macht das muss ich doch gemeinsame session oder so zu zweit zu dritt zu viert ausmacht werden muss dann vielleicht kennen sind der welt dann durcheinander wird aber aber so in der kleinen gruppe dann gemeinsam zu traden den markt zu besprechen die trades zu besprechen und dann auch gemeinsam jeder für sich die kreis einzugehen das unterstreiche ich und das ist glaube ich mit der wichtigste punkt den wir heute besprochen haben unterstreiche ich zu 100 prozent also genau das was du gesagt hast wenn wir beispielsweise gemeinsam traden entweder wir beide zusammen oder oder in unserer trading gruppe das ist einfach ein ein ganz anderes miteinander man tauscht sich aus man sagt die gedanken der anderen auf aber man überlegt sich natürlich auch selber zwei mal was man tut und ich habe das übrigens und in dem sinne das geht nicht nur anfängern so sondern das geht auch uns berufstradern so ich habe das heute auch noch so und das stelle ich immer wieder fest wenn ich live trading mit meinen kunden machen und wir sind wirklich live am markt ich sage ja auch immer ich glaube das macht kaum jemand anderes ich sage ja auch immer wirklich bevor ich in einen trade reingehe und moderiere das dann alles und wenn ich mit meinen kunden zusammen trade beziehungsweise vor trade mehr oder weniger dann überlege ich mir natürlich drei mal kann ich das jetzt rechtfertigen mache ich das wirklich und ich merke oft dass ich trades die ich vielleicht alleine gemacht hätte weil ich niemandem rechenschaft irgendwie schuldig bin dass ich das die auslasse weil ich sage okay nein mein dass das setup ist noch nicht hundertprozentig gut genug da werden auf da wird auf jeden fall die frage kommen und die frage kommen und die frage kommen und warum hast du das gemacht und warum hast du das übersehen wo ich mir denke nein dass das lässt du dann sein und du konzentrierst dich wirklich auf die hundertprozentigen situationen die du absolut vor allem rechtfertigen kannst wo du sagen kannst schau mal das und das und das und das ist passiert klar hier haben wir vielleicht einen kleinen punkt der spricht dagegen aber das hat man immer und dann steht man auch zu 100 prozent dahinter und dann ist es auch okay wenn es in letzten endestens verlust trade wird die gehören ja dazu also dass das ist ja sollte ja auch jedem klar sein dass wir auch keine trefferquote von 100 prozent irgendwie haben aber ja wichtiger punkt wenn es für euch alleine nicht klappt schaut dass ihr jemanden findet der in dieselbe richtung tradet wie ihr und macht das gemeinsam werden das war eine richtig schöne folge wieder ich glaube das ist ein sehr sehr wichtiges thema für alle nicht nur für anfänger sondern auch für fortgeschrittenen profis so diese durststrecken insofern seid beruhigt das geht uns allen so wir haben alle meine phase die irgendwie frustrierend ist und wo man vielleicht stress im alltag oder im privatleben hat was ich dann natürlich auch sofort auf das berufsleben oder das trading auswirkt dass das gehört dazu und das geht uns allen so insofern sprecht darüber spricht untereinander darüber spricht mit euren trading kollegen darüber und sucht euch leute mit denen ihr zusammen handeln könnt wenn ihr vielen dank für eine schöne session habe noch einen wunderschönen tag ja etwas mitgegeben unbedingt unbedingt er ist das thema der gedanken weil es folgt ja alles beim gedanken an ja also sehr viel egal was man machen was für berufliche gedanken da gibt es so einen coolen spruch ja denn den hohen maß ja verinnerlicht und immer immer wieder zu jazen egal ob jetzt beim trading bin oder woanders achte auf deine gedanken denn sie werden zu achte auf deine worte denn zu werden zu handlungen achte auf deine handlungen denn sie werden zu gewohnheiten achte auf deine gewohnheiten denn sie werden prägen deine charakter in diesem sinne perfektes schlusswort besser kann man sich zusammenfassen ja dankeschön freut mich super berlin dann habt noch einen schönen tag wir hören uns nächste woche macht's gut ciao vielen dank fürs zuhören für weitere informationen oder aus reiner neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de wir haben einen kostenlosen börsencrashkurs